Elinor Vogel war eine deutsche Schauspielerin, Leben. Vogel begann erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit über 30 Jahren mit der Schauspielerei. Zunächst nahm sie bei Marie Borchardt Schauspielunterricht, bevor sie unter anderem am Deutschen Theater erste Rollen übernahm. Neben der Theaterarbeit folgen bald erste Rollen bei Film und Fernsehen. Im Juni 1965 starb Vogel bei einem Zugunglück nahe Wasmannsdorf. Aus der ersten Ehe mit dem Journalisten Alex Vogel ging der Regisseur Peter Vogel hervor. In zweiter Ehe war sie mit dem Autor Werner Bernhardi verheiratet. Filmografie 1954 Der Geizige 1955 Ein Polterabend 1955 Das Stacheltier Im Freien Westen 1955 Das Stacheltier Schreck in der Morgenstunde 1956 1956 Ferien, Ski und Schneegestöber 1956 K. Wulke kontra Meier 1956 Zwischenfall im Bänderat 1956 Moral 1957 Das Stacheltier Feine Zeitgenossen 1957 Bei Hermann Plor 1958 Liebesmal eines Wucheres 1958 1958 Helenschen ist glücklich 1959 Das Stacheltier Die Hausversammlung Nachbarschaftshilfe 1959 1959 Paul S. Terak schweigt 1959 Spuk in Villa Sonnenschein 1959 59 Brücke zwischen Gestern und Morgen 1959 Das Schwarze Schaf 1960 Hochmut kommt vor dem Knall 1960 Die letzte Probe 1960 Ich bin nicht mein Bruder 1960 Was wäre, wenn 1960 Schritt für Schritt 1960 Die heute über 40 sind 1960 Begegnung im Zwielicht 1960 Die vertagte Nacht 1960 Der Raub der Sabinerinnen 1960 Der TÜV 1961 Die Liebe und der Co-Pilot 1961 Guten Tag Lieber Tag 1961 Weekend im Paradies 1961 Hoffnung auf Kredit 1961 Der Tag des Lutgers Nörrebrot 1961 Moabiter Miniaturen Die Enthemmden 1961 Die Geistertasse 1961 Ein besserer Herr 1962 Die neue Losung 1962 Das Stacheltier Ein gemütlicher Abend 1962 Totentanz 1962 Zum goldenen Anker 1962 Wenn du denkst Der Mond geht unter 1962 Der Kinnhaken 1963 Leben in Angst 1963 Interview mit Pinsel Heinrich 1963 Kehr zurück nach vorn 1963 Wenn du denkst Du hasten 1963 Zu vermieten 1963 Sonntagsfahrer 1963 Theater um Adelo 1964 Das Stacheltier Keine Leute 1964 Der Fächer der Madame de Pompadour 1964 Reizende Leute 1965 Aktion Glücksschwein 1965 Tiefe Furchen 1965 Eisenjustav Stolz de Furere 1965 Die besten Jahre Hörspiele 1950 Karl Georg Egel Das Hauptbuch der Solveys Regie Gottfried Herrmann 1958 Günther Rücker Bericht Nummer 1 Regie Günther Rücker 1958 Henrik Gipsen Stützen der Gesellschaft Regie Erich Alexander Winz 1960 Walter Karlschweigert Pickhuns Geburtstag Regie Helmut Heldsthoff 1960 Käthe Selig Liebe Tratsch und Treppensteigen Regie Detlefitte 1961 Günther Koch Manfred Tuhlmann Mordsache Brissen Regie Hans Knötsch 1962 Karel Czapek Ein Abend mit Karel Czapek Regie Hans Knötsch 1964 Georg W. Pidget Mietzkaserne Regie Fritz Ernst Fechner 1964 Jörg Konstant General Fräterik Regie Hans Knötsch 1964 Joseph Hen Jadwiger Plonska Skandal in Godi Regie Edgar Kaufmann 1964 Walterer Alberlein Künstler Pech Regie Werner Wieland 1965 Egon Matthiesen Mies mit den blauen Augen Regie Joachim Herting Ging 12 14 15 16 Vielen Dank.